Willkommen zurück zum Pflanzen gegen Zombie. Ich musste erst mal wieder richtig wach werden. Gerade hatte ich ein Problem. Mein erstes Headset funktionierte nicht mehr. Da war mein Kontakt komplett zerstört. Ich weiß nicht warum. Steckt der ein. Und auf einmal kommt kein Ton. Kein eigenes Ich. Also vor mein Mikrofon. Nichts war einfach komplett tot. Und jetzt hatte ich zum Glück noch mein zweites. Ich hoffe, dass das lang gut geht. Wir machen ab hier wieder weiter. Und sorry für die lange Pause. Hatten das schon. Sieht aus, als hätten die Zombies genug von deinem Vorgarten. Jetzt wollen Sie es hinten im Garten versuchen. Zu allem Übel kannst du diesmal keine Pilze benutzen. Die Pennen taugst übernämlich. Ist das nicht dämlich? Nein. Nein. Ist es nicht. Gut. Weil sie eh nur noch mal so ein bisschen benutzen. Das, das, das. Äh. Eispflanze. Doppinator. Und. Ja. Als lange Weile. Schnapper. Okay. Ach. Wach werden. Vielleicht mache ich heute eventuell zwei Parts. Weil in letzter Zeit es echt. Ja. Mau. Mit ein paar Parts hochzuladen. Ne? Und sorry auch für die lange lange Pause. Das wird leider dieses Jahr öfter passieren. Wegen Weihnachten, Silvester und, und, und. Ihr wisst es ja eh. So. Den stellen wir schon mal hier hin. Nur keine Panik, ne? Ich muss mich erst mal wieder umgewinnen. Weil ich mein Bruder hat nicht auch gezockt. Und zwar durch. Und da gab es eine Modi mit dem Butter. Da konnte man die Zombies aufhalten. Das war schon viel chilliger. Also hier ohne Butter. Und jetzt muss ich mich erst mal gewöhnen. Ob man das so auch einstellen kann mit dem Butter, weiß ich nicht. Da schaue ich in mein Bruder vielleicht mal. Aber sonst. Ja. Bleiben wir so. So. Zwei brauchen wir noch im Wasser. Ab jetzt mache ich es mit den Blumen jetzt so. Ich hätte eh erst gedacht. Jetzt vier hier. Und dann vier ins Wasser. Aber wenn wir jetzt vier ins Wasser tun. Dann dauert es doppelt so lange als wie vorher. Deshalb auch sehr schnell vier hier oben und vier unten. Und der Plan. Ist auch nicht schlecht. Äh. Bekommt man schneller Sonne als wie... Ne? Ne? Ja. Okay. Eine Reihe ist schon mal sicher. Und das auch ohne Stress. Sehr schön. Ja. Du kannst hier mal fressen. Du bist eh so gerne an die Pisse. Du wahle Sau. So. Na ne. Ich möchte die... Ich sag's mal. Die Eispflanze. Die kommt dran. Meine Lieblingspflanze. Die zuckt geil aus. Auch hier schon mal ein paar Zero sind stillen. Schnapper ist noch nicht so wichtig. Noch nicht. Aber die werden wir noch sehr oft brauchen. Sehr, sehr oft. Spätestens im letzten Welt. Ja. Und... Ja. Sonsten geht's eigentlich. Wenn halt ein bisschen kaputt, man möchte seine Stimme. Aber sonst kein Problem. Kein Problem. Gut. Level 1 ist immer noch mal nicht. Aber Pool in den Nacht wird noch sehr, sehr schrecklich. Mehr sage ich nicht. Das wird noch schrecklicher. Ich gebe dir mal das zum Essen. So. Du Plenator. Aus Spaß. So. Und hier stellen wir einen Schnapper. Weil er Hunger hat. Hä? Äh. So. Matsch-Binne. Den kenne ich. Nein. Matsch-Kürbis. Aber ich sage immer Matsch-Binne zu ihm. Weil ich... Er sieht hier fast aus wie die... äh... Birne. Als Kürbis. Nee. Ich finde Matsch-Binne besser. So. Zer-Matsch-Zombies. Ist ja klar, ne? Dafür heißt er auf Matsch-Binne. Ähm... Ähm... Das, das, das... Nee... Das, du das, genau. Ähm... Das, das, das... Und die Matsch-Binne. Ja, Matsch-Binne ist, ich weiß. Eimer-Zombie. Eimer-Zombie. Nee, äh... Football-Zombie ist schlecht. Aber jetzt komme ich noch schlimmeres Zombie. Noch sehr, sehr schlimmere. Aber auch den packen wir weg. Null Probleme. So. Ja, diese Gruppe ist schon viel besser. Als ich zuerst geplant hätte. Schon tausendmal besser. Okay. Konzentration auf die Blumen. Ja. Den normale Pflanzen. Gibt's die aus Trophäen auch, oder irgendwas zu sammeln? Stimmt. Weil ich liebe diese Blume. Vor allem die Eisblume. Geil. Na. Einfach mal nachschauen. Sonsten... Mal sehen, was ich noch daraus mache. Das wäre doch mal perfekt für Ape Crime. Ich glaube, ich muss da gleich sein. Mal beenden. Ähm. Ja. Äh. Du isst das hier. Ähm. Ja. Ich glaube. Hier. Yay. Blume ohne Ende. Sehr schlimm. Ähm. Ja. Helfen sich, falls jemand kommt. Äh. Kann nichts dafür. Ist ein Gast. Deshalb würde ich auch die Aus- und was Pause machen. Aber leider kann man es auch nichts ändern. fahrt sich hereinplatziert. Nein. Ach du Scheiße. Matsch, Birne. Schnell. Matsch. Oh. Huh. Das ist für Notfälle. Echt. Mein erster kleiner Fehler. Aber nichts schlimm passiert. Immer ruhig bleiben. Passiert. Geht kein Welt unter. Es ist nur ins Spiel. Okay. Gut, dass ich die Mattspinne habe. Genau deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Mönze. Hätte ich beinahe schon vergessen. Aber naja. Ja. Der kann fressen. Besser Unfälle. Okay. Sehr schön. Eine riesige Welle. Nummer eins. So. Ja. Ich mein. Wenn man einmal zwei Tage dicht schläft. nur beim. Ja. Bekannten ist. Irgendwas feiert. So ist es nicht schlimm. Man darf es nur dauerhaft nicht machen. Weil. Ich war jetzt zwei Tage lang. Fast nur noch wach. Also vier Stunden Schlaf. Oder fünf Stunden. Eventuell. Das ist halt nicht gut. Ne. Die Krippe. Aber zweimal. Schlagst du einmal. Ist so. Passt ja. Ja. Meist muss es nicht. Oder was ich Doktor wissen. Aber. Dennoch. Sollte man es nicht auf der Aufbruch. So. Ich hoffe. Ich verstehe mich dennoch auch. Wenn ich kaputt bin. Nein. Ui. Hätte ich beinahe schon wieder verpasst. Die Münze. Schaffe ich noch zwei Dupinakos. Schön wie es. So ne. So ne. Ja. Noch eins. Machspiel ist auch wieder am Start. Sehr schön. Das heißt ich Machspiel ist heißt. Es heißt. Match Kürbis. Ja. Mir wurscht. Für mich ist es eine Matchspiele. Fertig. So. Der kommt auch ins Einsatz. Yay. Sehr schön. Wo bleibt denn der Footballspieler. Wollte ihr nicht zeigen wo es lang geht. Kabumm. 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 Wir machen den Puls sicher. Wir machen den Puls sicher. Ich stelle hier zwei noch zusätzliche. Nein. Nein. Okay. Dann lieber doch nichts. Und. Äh. Sicherheit. Genau. Alter. Achso. Achso. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Alles mit dem 1 ist verschwunden. Ich weiß. Aber nicht so schlimm. Der ist down. Alter. Die Nisse. Sorry. Und jetzt sieht es so gut aus. Sehr schön. Okay. Der Dreier Schuss. Ähm. Drüppel. Ich weiß. die Natur. Drüppel. Drüppel. Natur. Wer schießt jetzt in 3 Reihen. Schießt einmal. Wenn ich ihn. Beispiel. Was ich sehe. Ein Feldstil. Schießt in 3 verschiedene Filter. Ist nicht schlecht. Aber. Ja. Nicht immer hilfreich. Sage ich jetzt mal so. Nein. Keine Pilze. Stimmt. Kann man so auch nutzen. Der. Den braucht man nur. In der 2. Welt. Sonst. Nicht mehr. Echt schade. Aber. Gott sei dank. Weil ich mein. Ne. War. Gemein genug. Und. Mattspirne. Oder. Schnopper. Ich glaube. Ich nehm. Schnopper. Der hat Hunger. Auf. Frischfleisch. So. Auf. Die. Fertig. Pflanzen. Jawoll. Zweite. Zu den. Blumen. Zudel. Ne. Nö. 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 Okay. Oh ja, stimmt. Da tauchte eins auf. Ups. Jetzt tauchst du dich ein bisschen beeilen. Bitte. Schafft es noch? Ja, es war. Das war jetzt mein Fehler. Gebe ich zu. Okay. Sehr schön. Hoffentlich stört jetzt keiner. Das wäre jetzt echt scheiße. Falls ich abbreche und es bis hierhin hochlade, verzeiht, ne? Verzeiht doch nicht, weil, wie gesagt, wir haben Gäste. Und ja, wir fahre ich noch ein paar Beschwerde bekommen, dass ich nichts hochlade und, und, und. Und dennoch wollt, dass selbst mit Störung hochladen. Ja, es war lieb von euch, weil ich möchte, dass es noch keiner reingeht oder soxige ist, wie auch der Platz zerstört, das soll ja auch nicht passieren. Deswegen versuche ich auch immer so aufzunehmen, dass keiner da ist, dass nichts zerstört wird, halt keine normale Pflanze, sondern die Eispflanze. Also, der ist ab jetzt wichtig. Und bei 3er Pflanze mache ich so. Ich werde die normale Pflanze wegmachen. Ab jetzt schläge ich die so hin. Genau, schon besser. Und, also, die normalen Pflanze weg. Und die 3er Pflanze sind also nur umtauschen. Ganz normal umtauschen, nicht mehr, nicht weniger. Ob man diese Runde schon schaffen, weiß ich nicht. Und ich verbrauche enorm viel... ähm, Sonne. Also, sehr, sehr viel. 325 Sonnen brauchen die. Und das ist schon einiges. Also, daher bin ich noch sehr unsicher. Aber eins bekommen wir bestimmt hin. Mindestens eins. Und nach dieser... Level beenden wir, ist wieder dabei. Weil, wie gesagt, ich mache auch 2 Parts von mir aus. Weil ich nicht so viele schaffe. Leider. Oh. Ich brauche noch Kürbis. Ganz, ganz dringend. Äh. Ne, Kürbis. Walnuss. Sollte sehr schnell hochladen. Genau jetzt. Wie gut, dass ich den Schnapper habe. Ähm. Ja, so. Stimm mal hier her. Guten Appetit. Ähm. Also, ihm schmeckt's. Er fängt an zu lächeln. Dann passt es ja. Frisch aus dem Wasser. Frisch gegossen. Bakterien frei. Also. 3er geschafft. Den austauschen. Und 3er jetzt so ein bisschen... Nein, Entschuldigung. Bin einmal kurz wieder rausgekommen. Ich hoffe, er stört die Aufnahme nicht. Oh, der Schnapper wäre echt nicht schlecht. Ein paar Hände zu stellen, ne? Als Notfälle so zwischendurch. Also, erst 3er. So. Hier kommt die Schnapper. Auch eins zuvor. Als Notfall. So. Auch hier noch eins. Warte mal als zweite, wenn doch eins auftaucht. Okay. Ja, wie gesagt, nach dieser Level ist der Part bis jetzt schon zu Ende. Aber ich versuche noch einen zweiten Part hochzuladen. Wenn nichts schiefläuft. Sonst darf ich bis hierhin die Level noch einmal spielen. Und, äh, echt nicht. Muss ich sein. Walfall suchen, was ich kann. Versprochen ist, versprochen. Und ja. Okay. Und genau hier wird wahrscheinlich da und leer ist, welche auftauchen. Und ne, nicht Mario, gell? Guten Appetit. Die haben alle Hunger. Sehr schön. Freut mich. Dass es ihnen schmeckt. Ich möchte kein Zombie probieren, weil es schmeckt nicht. Schmeckt zwar nach Fleisch. Ja, aber ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist Fleisch. Und da ja... Nee, danke. Kein Zombie, bitte. Sehr schön. So passt. Der ist noch. Sind wir lange Zeit zufrieden. Schling-Tank. Der ist auch nicht schlecht. Wasserpflanze, die ein Zombie unter Wasser zieht, ja. Aber, wie gesagt. Wenn euch dieser Park gefallen hat. Lasst uns da meinen Router. Abonnier nicht vergessen. Und sonst kommentieren, wie ihr wollt. Teilen wird euch auch sehr helfen. Und sonst bis bald. Und ciao. Bis bald.